hallo meine lieben und schön dass sie wieder eingeschaltet habt zu einem video von mir heute möchte ich mit euch so ein armband knüpfen das hier ist dieses set von action das habe ich da die tage gekauft für 1 99 cent ich weiß es nicht mehr genau ich meine 1 99 genau und aus diesem set kann man drei armbänder drei armbänder drei armbänder knüpfen 1 habe ich schon soweit fertig nicht schön aber selten ja und auch etwas groß wie man sieht ja aber es war der erste versuch und dafür ist es ganz gut geworden und ja als ich euch das dann in der gruppe gezeigt habe habt ihr mich gefragt ob ich davon ein video machen kann und das mache ich natürlich gerne so als erstes werde ich mal mit euch auspacken ich habe ja schon damit gearbeitet aber ich zeige euch mal was alles drin ist es gibt diese sets in verschiedenen farben es gibt rosa blau ich weiß nicht genau auf jeden fall es gibt verschiedene farben so dann haben wir vier von diesen bändern dabei in verschiedenen farben dann haben wir einmal diese schablone und dann haben wir verschlüsse also diese endkappen und karabiner ich habe aber einen anderen karabiner dran gemacht weil mir die einfach zu klein waren ja und man nennt das ganze auch komohito komohino und ich habe schon wieder vergessen ich werde es euch in die überschrift schreiben damit ihr da vielleicht mal googeln könnt und ja da findet man nämlich so einiges zu und ja ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal an zu knüpfen und ich zeige euch im laufe des videos aber noch etwas schönes und zwar viele werden jetzt sagen ich habe gar kein äckchen ich kann mir das nicht kaufen also es gibt dieses jetzt auch bei amazon oder ebay aber ich habe natürlich vorgesorgt und man kann diese scheiben auch ganz einfach selber machen hier habe ich zum beispiel moos gummi oben und unten also zweimal moos gummi unten der mittel ist pappe damit das einfach ein bisschen stabiler ist und dann habe ich diese rillen reingeschnitten es sollten sein 32 rillen die kann man sich ja dann aufteilen wie ein kuchen zack 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 und dann schneidet man diese rillen rein oder ich habe mir diese vorlage gemacht da sind schon die zahlen drauf da sind die rillen vorgezeichnet und ruhigen bogen vorstoff die habe ich einfach auf zwei mal pappe geklebt das war mal ein karton von amazon damit das ein bisschen stabiler ist die habe ich noch nicht getestet die habe ich schon getestet das funktioniert gut und die werden wir dann gleich miteinander testen und dann werde ich euch auch zeigen dass es mit ja ganz normaler socken wolle auch funktioniert da habe ich mir mal zwei reste rausgesucht und das zeige ich euch aber alles im laufe des videos diese vorlage wenn ihr interesse habt findet ihr dann nach der veröffentlichung des videos natürlich in meiner facebook also da einfach mal vorbeischauen da werde ich diese vorlage dann in die dateien packen dann könnt ihr diese einfach ausdrucken auf pappe kleben oder auf moosgummi und dann könntet ihr eigentlich schon sofort starten so das einzige was ihr dann braucht sind halt endkappen oder ihr knotet die armbänder einfach am ende zusammen das funktioniert natürlich auch so ich zeige euch jetzt aber erst einfach mal ja wie es in der anleitung angegeben ist und zwar brauchen wir dazu erstmal bänder und zwar schneiden wir uns erstmal ja das klebt jetzt hier natürlich alles also ihr schneidet euch von jedem von jeder farbe zwei meter band ab und dann geht weiter so also bänder sind zugeschnitten in der anleitung ist das ein bisschen komplizierter steht schneide von jeder farbe zwei meter ab und teile die in zwei gleiche länge also brauchen wir von jedem von jeder farbe praktisch 22 fäden in ein meter länge also wir schneiden von jeder farbe zwei fäden ab in der länge von einem meter und legen diese dann zusammen erst mal einfach nur so zusammen so dass das in diesem set dabei ist das ist ein satür band die kann man auch super bei ebay amazon und co kaufen für wirklich kleines geld und damit funktioniert das natürlich auch sehr gut weil die wirklich extrem stabil sind aber vor allem wenn ihr das vielleicht mit kindern macht ja da könnt ihr auch ganz normale wolle benutzen oder stopfgarn also das funktioniert auch ganz genauso gut so ihr legt euch das ganze zusammen sucht euch die mitte und knotet in der mitte das ganze zusammen und versucht den knoten auch ziemlich genau in der mitte zu haben dann legen wir den knoten einfach hier auf das runde und fangen an mit der ersten farbe die erste farbe ist bei mir das braun das kommt in die 32 und die 1 das ist aber nur für den anfang so dass ihr euch so dann 12 rillen freilassen und dann wieder zwei fäden der nächsten farbe wieder zwei rillen freilassen und zwei fäden der nächsten farbe und die letzte farbe zwei freilassen und dann wieder zwei freilassen und wir fangen wieder an mit der braunen schnur rosa also wir schauen dann dass die reihenfolge gleich ist jetzt kommt genau und einfach dazwischen immer zwei freilassen das ziehe ich mir jetzt einfach mal hier raus so und dann seht ihr schon dass das ganze so einfach so verteilt ist so ich arbeite jetzt so wie es in der anleitung da angegeben ist es gibt noch ganz ganz viele bei print house zum beispiel und auch hier bei youtube findet ihr noch ganz ganz viele anleitungen dazu für die unterschiedlichsten formen und ja aber ich arbeite jetzt halt so wie es hier in der anleitung gezeigt wird so und zwar nehmen wir hier den rechten faden und packen ihn einmal hier runter also den rechten faden hier unten neben die beiden der gleichen farbe und dann den nächsten auch den rechten faden und einfach diagonal runter jetzt seht ihr hier sind die fäden ein bisschen überkreuz da tausche ich die mal eben so und auch hier einfach diagonal runter und auch hier tausche ich nur mal kurz eben die fäden so so dann schaut das ganze so aus dann habt ihr hier unten immer drei fäden und jetzt so ihr dreht ja die scheibe also ihr habt diesen dahin jetzt habt ihr das gedreht und jetzt nehmt ihr wieder den rechten faden faden und packt ihn einfach diagonal runter also von euch aus dann auch rechts von dem unteren faden und das machen wir eigentlich jetzt die ganze zeit immer wieder von oben nach unten den faden legen dabei die scheibe drehen und wieder von vorne anfangen und wieder zurück zurück und das macht ihr jetzt wirklich so lange bis armband kette schlüsselanhänger oder was auch immer das werden soll einfach die richtige länge hat so ihr seht dann hier unten kommt es dann raus und eigentlich machen wir wie gesagt die ganze zeit nichts anderes außer die fäden immer von oben nach unten zu legen das machen wir jetzt mal eine ganze zeit lang und dann sehen wir uns gleich wieder so wenn ihr das dann eine ganze zeit lang gemacht hat dann kommt hier unten so ein geflochtenes würstchen aus ja also ich habe da auch noch so ein paar kleine tipps für euch ihr habt ihr jetzt aufgehört und dann wo habe ich angefangen ja bei braun aber welche seite so legt ihr jetzt die darüber oder die darüber ganz einfach ihr seht hier den faden das ist der letzte faden den ihr gelegt habt der liegt hier oben drüber also müsst ihr hier bei dieser farbe weitermachen wenn ihr jetzt hier anfangen dann gibt das eine unruhe in dem muster und ja das sieht dann nicht so schön aus also das ist der erste tipp immer da weitermachen wo der letzte faden kreuzt und ja zwischendurch verheddern sich hier unten schon mal ganz gerne die fäden einfach dann mal so mit den fingern durchgehen die fäden immer mal so ein bisschen stramm wieder ziehen damit das bild gleichmäßig bleibt bei meinem ersten armband habe ich den fehler gemacht ich habe das hier unten so festgehalten und habe das immer so ein bisschen runter gezogen und dann geflochten und dadurch ja seht ihr wie sich das so ein bisschen auseinander gezogen habt ihr seht hier ist das vielleicht viel ordentlicher als hier auf der seite hier sind mal etwas breitere lücken dann haben wir hier ganz feine lücken ja das liegt einfach daran dass ich das festgehalten habe und immer mal ein bisschen gezogen habe hier wusste ich dann nicht wo muss ich weitermachen also das sind so sachen ich halte es einfach ganz locker in der hand den finger die finger zwischen den fäden und einfach den daumen hier oben auf den knoten und drückt einfach nur ganz leicht also ich halte eigentlich nur den knoten damit er nicht hoch rutscht und dann lege ich die fäden an meinem finger vorbei einfach nur wie gesagt den finger drauf damit jetzt der knoten nicht hoch rutschen kann und dann einfach weiter legen und dann seht ihr hier unten die fäden verheddern sich mal so ein bisschen einfach wieder auseinander machen ja und das macht ihr dann halt so lange bis eure armband kette oder was auch immer ihr damit machen wollt die richtige länge hat so ja also das geht mit diesem satür band natürlich toll es glänzt schön und ja aber ich möchte euch ja jetzt auch zeigen dass diese ganz normalen einfachen selbstgemachten schablonen ganz genauso funktionieren und dazu benutzen wir jetzt wolle die schneide ich mir jetzt auch mal eben zurecht da nehmen wir auch wieder acht fäden von 1 meter länge wenn ihr jetzt keine unterschiedlichen farben habt dann braucht ihr da auch nicht viel zu beachten ich schneide mir das jetzt mal eben zurecht und dann machen wir weiter ich habe mir wieder meine fädeln zurecht geschnitten suchen wir wieder einigermaßen die mitte und verknote das ganze so dann legen wir uns das wieder hier drauf und schauen einfach dass wir so ein bisschen die farben vielleicht sortieren die ersten beiden hier rein und auch hier lassen wir jetzt wieder ganz normal dann 2 frei 1 2 und da schieben wir dann verlegen wir dann die nächsten fäden ein wenn sie denn wollen hier habe ich zum beispiel keine zahlen drauf sondern habe mir einfach nur vier markierungen gesetzt und das funktioniert trotzdem ganz gut so und hier fangen wir dann wieder mit der farbe an die wir als erstes gelegt haben und wie gesagt versuchen halt so ein bisschen uns die farben zu sortieren so dann sucht ihr euch eine farbe aus mit der ihr anfängt das ist das ist ich fange jetzt einfach ja warum ist das jetzt so eigentlich sollten die sich ja jetzt gegenüber liegen hier habe ich seht ihr das hier habe ich nämlich schon einen fehler gemacht und war ich jetzt etwas irritiert so und jetzt seht ihr auch dass sie sich gegenüber liegen ich fange jetzt einfach hier mit dem an wo der pinke faden drin ist und mache das gleich für die farbe aus wie vorhin auch ich lege den faden einfach gegenüber bei der wolle solltet ihr nicht zu fest an den faden ziehen weil das dann ganz ganz feine knoten gibt und ihr braucht dann wahrscheinlich einen ganzen knollwolle um ein armband daraus zu flechten einfach ganz locker die feden so und das machen wir dann jetzt auch eine ganze zeit lang genau wie bei dem ersten und auch hier müsst ihr immer darauf achten dass es sich hier unten nicht zu sehr verhuggelt gerade bei der wolle wenn ihr da nämlich einmal wollkotze habt dann ja einfach immer zwischendurch mal so mit den fingern alles wieder lose machen und das machen wir jetzt auch erst mal eine ganze zeit lang und dann zeige ich euch wie das mit der wolle aus so und auch hier seht ihr wenn ihr das eine ganze zeit lang gemacht hat kommt auch hier unten so ein würstchen raus ja es sieht natürlich anders aus als mit diesem garn weil die wolle ja von der struktur her natürlich viel feiner ist aber es funktioniert ihr habt dann halt ein feineres flechtergebnis dünner so und jetzt werden wir diese wolle noch testen das sind ist auch eine socken wolle aber die ist ein bisschen dicker würde ich sagen auch da schneide ich mir jetzt meine fäden zurecht und dann schauen wir mal ob es damit auch funktioniert so hier habe ich meine probe und dieses mal knote ich die etwas anders und zwar knote ich ein ende zusammen lass ein bisschen davon stehen dann nehme ich mir eine sekunde und zwar nehmt ihr euch solche kleinen klammern und wickelt euch den faden einfach ich weiß nämlich dass diese wolle wer dazu neigt zu verknoten und dann bekommt man die nicht mehr auseinander ich habe dann mal mit socken gestreckt und es war nicht schön er geht das einfach so drum und klemmt den faden dann hier vorne ein und dann habt ihr das zum zum so und dann teilen wir das wieder wie immer jetzt habe ich allerdings ein paar fäden zu wenig fällt mir ein gucken wir mal den knoten hier durch die ersten fäden weil wir hatten ja vorher 16 und jetzt habe ich ja nur acht aber wir schauen wir verteilen das jetzt einfach mal gleichmäßig das wird jetzt eine premiere dann schauen wir mal was daraus wird also ihr habt jetzt hier unten halt diese fäden an der klammer hängen und ich fange jetzt einfach mal an, die fäden ineinander zu verweben wenn das mit den klammern funktioniert ja und so könnt ihr dann natürlich auch schauen und euch eure eigenen muster natürlich zusammenstellen indem ihr einfach mal hier rumprobiert was passiert wenn ich die fäden so lege und was passiert wenn ich die fäden so lege wie sieht dann das endergebnis aus und so entstehen dann natürlich eure ganz eigenen kreationen dann dann Okay. 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 Ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen knüpfen und dann zeige ich euch gleich, wie das Ergebnis aussieht. So, ich habe dann mal ein Stückchen geflossen und ihr seht, wenn ihr was seht, Kuss, ja. Und ihr seht, auch hier, ich lege das mal hier auf die Seite, kommt ein ganz tolles Ergebnis raus. Es ist auch rund, es ist halt noch etwas dünner als dieses Armband. Aber da haben wir ja auch nur vier. Und hier haben wir 16. Und, ja, aber ihr seht, es funktioniert. Also es funktioniert entweder mit dieser Scheibe, die ihr euch kauft, und das Armband. Das Armband ist natürlich, ja, das sieht natürlich sehr edel aus. Es glänzt, es wird kräftig, also das ist wirklich das Nunplusultra. So macht man es eigentlich. Aber ich finde auch das hier, gerade wenn man das Flechten mit Kindern macht, ist das hier eine tolle alternative. Wollreste haben viele zu Hause oder, ja, ein Wollknäuel, der kostet nicht die Welt. Und auch hier finde ich das Ergebnis richtig schön. Hier, wenn ihr so arbeitet, dann braucht ihr natürlich Endkappen. Und, ja, wenn ihr das dann so macht, wie hier, dass ihr einfach die Enden verknotet, dann flechtet ihr so lange, bis ihr die richtige Länge habt und verknotet dann einfach, ja, die beiden Enden miteinander fertig. Und ich denke, das ist, ja, eine tolle Sache. Mir macht das richtig viel Spaß, muss ich sagen. Es wird, ich werde da sicherlich noch ein bisschen mit rum experimentieren und es wird, wenn es euch gefällt, auch gerne noch ein paar Videos dazu geben. Nach und nach, zwischendurch wird dann sicherlich auch mal wieder ein Korb geflochten und auch natürlich mit Papier gearbeitet. Ich habe schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Ja, also wie gesagt, wenn euch das gefällt, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Videos dazu sehen wollt, vielleicht andere Anleitungen immer raus damit. Dann schaue ich, was ich euch noch Schönes zaubern kann. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich euch hier so gezeigt habe. Ich hoffe natürlich auch, es hat euch gefallen. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.